Okay. Oh shit. Oh, mein Lieber, Gottes. Ah, ne Fee heilt auch nicht. Die heilt, glaube ich, nur sechs Herzen. Scheiße. Das ist nicht gut. So. Was willst du? Was du suchst, liegt im Auge. Ah. Ah. Ich wick's mir auch gerne selbst in die Hose. Komm, komm. Heilige Mutter. So, da drüben lang bringt uns das was. Ich hoffe. Ja, hier brauchen wir die Schleuder. Ich weiß aber nicht, wo wir die kriegen. Irgendwo hier. Hoffe ich. Ja, hier unten, glaube ich. So. Hier ist alles uncool. So, hier kriegen wir sie. So, wir müssen uns beeilen, weil das Zeug hier stutzt alles ein. Und die Feder nehmen wir mal noch. Wobei, ich glaube, das Schwert wäre sinnvoller gewesen. Das Schwert wäre sinnvoller gewesen. Ey. Scheiße hier. Wegen diesen hässlichen Fledermäusen. Kacke, Mann. Kacke. Heilige Scheiße. Schleuder. Ja, komm. Ficken. So. Ah, ich habe den Zwischengegner jetzt beim ersten Mal geschafft, ey. Ich bin voll stolz auf mich. So. Ich schlage vor, dass wir erstmal... Dafür müssen wir noch keine Kerne verbrauchen. Da reicht der Boomerang. Erstmal hier rüberfahren, denn... Hier ist nur noch ein Fels. Und dann gehen wir nochmal hoch und müssen uns noch diese andere Truhe holen. So. Nee, warte mal. Wir holen uns mal zuerst die andere Truhe. Die da vom Zwischengegner noch war. Moment. Das muss jetzt sein. Fehler. Danke. Mist. Hallo, springst du? Zummer. Verrückt oder so? Springt der Arsch nicht in den Wagen, Alter? Ich... Glaub's ja wohl. So. Mann, Mann, Mann. Komm, fick dich. Die Viecher sind natürlich auch wieder da, ganz klar. Heilige Mutter, Maria, ab Gottes, ey. So, was kriegen wir jetzt hier tolles? Muss ja was ganz schön wertvolles sein. Kleine Schlüssel. Kleine Schlüssel, super. Aber ich weiß, wo wir den brauchen. Den hab ich vornehmlich vergebens gesucht. Aber ich hab jetzt Übungen hier in diesem Level. Äh. Äh. So, wir brauchen das Schwert. Denn die Kollegen hier warten auch schon wieder von uns. Danke. Okay, jetzt fahren wir erstmal hier rum. Ne, Moment. Ne, warte. Ich glaub, hier geht's zum Endgegner. Das machen wir mal jetzt noch nicht. Wir fahren zuerst mal die andere Strecke lang. In der Hoffnung, dass es da richtig ist. Also, was auch immer man hier als richtig bezeichnet. So. Ne? Äh, jetzt brauchen wir mal die Schleuder. Am besten mit den Kernen. Und den haben wir doch die meisten in dieser AK. So, Federmäuse aus dem Weg. Im mittleren Gang gibt's übrigens nix, wenn das interessiert. So, was gibt es hier? Nischt. Na doch, irgendwas wird's hier schon geben. Na, erst die Fledermäuse. Fristet hier euer Dasein. So. So, mal gucken. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Ha 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 ha. So, jetzt ab zum Endgegner. Kein Bock mehr. An dem Endgegner bin ich vorhin zweimal verreckt. Ich hoffe, das ist jetzt anders. Gott, ey, es regt mich auf. So viel verschwendetes... So viel verschwendete Freizeit. Kriegst du nie wieder diese Lebenszeit. Und ihr auch nie. Ihr habt sie zwar nie verschwendet, aber hey... Klar! Sau! Mann! Die brauchen alle drei Schläger. Mann, 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 Mann. So. Mist. Tschau. Glück gehabt. So. Mit ein bisschen Glück sind hier noch ein paar Herzchen drunter. Jetzt ist es schon wieder soweit. Muss man einmal aufnehmen. Schon wird man wieder gerufen von irgendjemand. Aber es ist ja gerade ein bisschen sehr schlecht. Ach du Scheiße. Ähm, Moment. Stay saved. Wir speichern es wieder auf die Eins. Und noch mal die Zwei. Okay. Bis gleich. Wir machen eine kurze Pause. Hallo und willkommen zurück zu, äh, Zelda Oracle of Seasene. Wir waren stehen geblieben in Level 4. Ja, also stehen geblieben in Anführungsstrichen, denn ich war eh viel zu doof. So ein bisschen leiser machen. Frack. Ich war hier so doof und habe einen Speicherstand überspeichert. Fick dich. So. Wieso haben wir nur so wenig Herzen? Ähm. Folgendes. Die Erkältung ist fast weg. Aber, hey, das soll uns nicht stören. Ja, wir sind jetzt jedenfalls gleich beim Endgegner von Level 4, den ich bekanntermaßen nicht das erste Mal... Oh mein... Oh mein Gott. Oh. Hier fehlt uns noch ein Schlüssel. Oh. Das ist schlecht. Hier fehlt uns ja noch ein Schlüssel. Oh, nee. Ach, keine Arsch. Äh, okay. Dann. Jo, dann. Ach, nee. Ich bin echt zu doof. Zu doof zum Leben. So. Okay. Dann. Hm. Porten wir uns nochmal zum Ausgang. Ja, wir porten uns nochmal zum Ausgang. Wir müssen nämlich... Ach, immer die falsche Taste. Wir müssen jetzt nach rechts und dann weiter hoch. Äh, jetzt brauchen wir die Feder und den Boomerang. Weil wir diese lustigen Giftkugeln da auf uns forteln. Äh. OMG. So, jetzt nach oben. Jetzt müssen wir gleich nochmal nach oben. Untertitelung. BR 2018